Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Apostelgeschichte 1, Vers 11. Dieses faszinierende Buch der Apostelgeschichte, mit dem wir uns die nächste Zeit beschäftigen wollen, das beginnt mit der Himmelfahrt von Jesus. Er verlässt die sichtbare Welt und jetzt stehen da die Jünger, gucken ihm hinterher und werden gefragt, ja, was guckt ihr? Was guckt ihr zum Himmel? Ihr habt doch hier auf der Erde genug zu tun. Aber das Faszinierende ist, wer sagt das hier? Das sind ja nicht Säkularisten, die sagen, uns rettet kein Gott und wir müssen selber das tun und so weiter, sondern das sind Engel, die gerade vom Himmel gekommen sind. Und die sagen nicht, schaut doch nicht zum Himmel, da habt ihr nichts zu erwarten, sondern im Prinzip sagen sie, schaut nicht zum Himmel, denn ihr wisst ja, was ihr erwarten könnt. Jesus wird wiederkommen und direkt vorher hat Jesus zu ihnen gesagt, er wird herabsenden vom Himmel Kraft, den Heiligen Geist. Und mit dieser Hoffnung, dass er wiederkommt und mit dieser Kraftausrüstung des Heiligen Geistes, steht jetzt nicht und guckt in den Himmel und zählt die Tage, bis er wiederkommt, sondern werdet aktiv hier auf der Erde. Also gerade weil wir die Verbindung zum Himmel haben, müssen wir da nicht da und hoch gucken, sondern sehen den Menschen, der vor uns steht, sehen die Aufgabe, die vor uns liegt, sehen den Weg, den er uns gesteckt hat und gehen in der Erwartung unseres Herrn und gehen in der Fülle des Heiligen Geistes und tun das, was er uns aufgetragen hat. Ich finde das eine faszinierende Perspektive. Und ich lade dich ein, ja nicht den Himmel zu vergessen, aber auch nicht nur hier rumzusitzen, warten, dass Jesus wiederkommt, sondern er ist ja gegangen, um den Geist zu senden, damit wir dann hier unseren Auftrag ausfüllen. Und dazu will er dich stärken und dazu will er dich segnen und zum Segen machen für die Menschen um dich herum. Und Jesus, wir danken dir, dass du nicht einfach weg bist, sondern dass du zur Rechten des Vaters bist, in der absoluten Machtposition. Du hast den Geist gesandt und du stärkst uns immer wieder neu. Und du hast gesagt, durch den Geist bist du mit uns alle Tage. Und so sollen wir hingehen, in deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Danke Jesus, dass du Großes tun willst, sogar durch uns. Halleluja. Amen.